Alles klar, Leute. So, jetzt gehen wir auf Tiefsee-Tauchgang oder, naja, sowas ähnliches. Mal schauen, hier ist nix. Und was haben wir hier? Hier geht's auch nochmal lang. Ach du Kacke. Ähm, was ist hier? Hier geht's nach oben. Hier ist ne... Okay. Wo komme ich hier hin? Ich bin jetzt echt gespannt, wo ich hier hinkomme. Ja, das bin ich. Ah, dann bin ich hier. Verstehe. Okay. Hier will ich nicht hin. Na gut, konnte ich jedenfalls mal Luft holen. Und dann würde ich sagen, tauche ich gleich wieder ab. Überflutete Höhlen. Ja, und abgetaucht. So, alles klar. Und dann werde ich gleich wieder links. Und dann können wir gleich mal gerade durch. Und gucken, was da ist. So viele Möglichkeiten gibt's hier nun auch nicht. So, oh, da geht's jetzt hier lang. Wo bin ich jetzt? Eier. Okay, das war's. Na, na, na. Einfach mal durch. Wenn ich abkratze, hab ich nen Scheiß. Oh, Wasser. Ach, wie schön. Oh, ein Puzzleteil. Geil. Bam. Und Puzzleteil Nummer 17. Yeah. Ey, das läuft wie am Schnürchen. Benjo, musst du tauchen. Musst du laden, wer ich bin. Hä? Oh, was machst du denn da? So, jetzt aber. Zack. Woo. So, okay. Aber, wir haben ja noch nicht alles erkundet. Deswegen schwimme ich jetzt noch hier durch. Hier wird da bestimmt auch noch irgendwo was sein. Ein. Okay. Geht's hier hoch? Nee. Mehr ist hier auch nicht, oder? Nee. Ja gut, dann würde ich sagen, kann ich jetzt wieder raus hier. Puzzleteil ist geholt. Dann werde ich noch ein bisschen so rumrennen und gucken, ob ich noch irgendwas finde. Und wenn nicht, weiß ich jetzt echt nicht, wo ich lang muss. Und, ja, weil dann könnte ich eigentlich theoretisch rausgehen aus dem Level. Naja, werden wir ja sehen, was hier noch ist, ob ich noch was finde oder so. Zeit haben wir noch genug, ey. Locker, locker 6, 8. Äh, was 6, 8? Wah! Locker noch. Oh, was machst du denn da, Benjo? Locker noch 6, 7 Minuten und dann. Naja, einfach mal gucken. Aber ich speichere sie jetzt, hab Angst. Ja, das Spiel macht mir ein bisschen Angst auf dem Emulator. So. Ich benutze die Safe-States ja nicht wirklich, also. Daher könnt, dürft ihr, ja, dabei, dafür, deswegen, was weiß ich, solltet ihr mir das eigentlich auch nicht übel nehmen, wenn ich hier ab und zu mal so ein Safe-State setze. Naja, egal. Ähm. Einfach mal weitergucken, ob hier irgendwo irgendwie was ist. Oh, hier geht's noch rein. Genau, ich erinnere mich, hier war irgendwo noch was Doofes. Woll mal, hier war Kanarien-Color, ne? Ja. Ja. Okay, dann weiß ich jetzt noch, ein, ein Dings weiß ich noch, wo ich hier muss, wo ich auf jeden Fall muss, das weiß ich noch. Daran erinnere ich mich noch ein bisschen. Und das war ne Scheiß-Stelle. Ich hab das Ding gehasst, wo ich jetzt hin will, wenn ich nur wüsste, wo ich lang muss. Ähm. Ach, ich werd schon irgendwie richtig gehen. Ja, hier bin ich da auch richtig. So, hier ging's nach Hause, oder raus, oder was weiß ich. Was war das nochmal? Das war Fuel Storage. Keine Ahnung. Da haben wir das komische Dings da geholt. So, hier wollen wir rein. Da, 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 da. Ja, genau, das war's. Dynamit-Depot. Das war richtig scheiße hier. Ah, guck mal, hier kann man was lernen. Kazoo Peaks. Ein neuer Move für die Federtante, denn ihr Schnabel ist eine echt harte Kante. Böse Buben wissen, das wird nicht ihr Tag. Drücke einfach B und sie kriegen den Schlag. Äh, okay, geil. Ja, gut. Ähm. Ich erinnere mich, das war wirklich richtig scheiße hier. Und ich brauchte hier mehrere Versuche. Also werde ich vielleicht zwei Versuche machen, und wenn ich es nicht schaffe, dann mach ich halt so lange, bis ich es geschafft hab. So, bäm, mach mal. Einmal Schuss, Schuss. Ha, au! Äh, nochmal, so, ja, das. So, nochmal, so. Gespeichert und reiner. Ihr habt die Pix-Attacke gelernt, was? Allerdings, Partner. Nun, vielleicht könnt ihr mir helfen. Eine gemeine Bande Dynamitstange ist geflohen und droht meine Mine in die Luft zu jagen. Keine Sorge, wir gehen da rein und blasen sie weg. Nein, wenn ihr schießt, fliegt alles in die Luft. Ihr müsst sie irgendwie entschärfen. Noch irgendwas? Ja, du musst schnell sein. Sobald die erste entschärft ist, starten die anderen ihren Detonationstimer. Okay, das wird jetzt echt brutal. Ich brauchte auf jeden Fall mehrere Versuche für das Ding hier. Ich sag einfach, wünsch mir Glück, Leute. Das war schwer, die zu finden. So. Hier ist auch schon das Erste. Hallo, du. Uh, Nummer 1. Okay, 200 ganze Sekunden. Ich würd sagen, ich probier mal irgendwie so, zuerst die ganzen oberen und dann die unteren. Dass ich mich von oben nach unten runter arbeite praktisch. Uh, Nummer 1. Äh, Nummer 2. So, dann, ja, dann kann ich jetzt einfach mal hier. Uh, da haben wir das Nächste. Uh, das war doof. So. Ich guck trotzdem nochmal hier. Denn, ja, hier ist noch so viel auf derselben Höhe. Das ist voll schlimm. Da haben wir eins. Da haben wir noch eins. So. Ah, du Arsch. So, dann ist da noch ein Gang. So. Alles klar, da ist... Oh, noch eins. Attacke. Ich muss das schaffen. Ich will das schaffen. Ich... Ich darf nicht verlieren. So, dann haben wir das Nächste. Das ist hier. So. Oh mein Gott. Da haben wir das Nächste. Noch vier Stück. Oh, Leute, wünschen mir ganz nur Glück. Da, 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 da. Ich muss gucken, wo ich schon überall war und wo nicht. Ähm, da lang. Da muss ich auf jeden Fall lang. Dann mal hier runter. Da. Ähm. Ach, scheiße. Ich höre auf jeden Fall was. Ja, da haben wir was. Oh, das war's hier aber auch. Oh, noch drei Stück. Oh, fuck. Da, 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 da. Zwei. Nur noch zwei. Ah, Mann. Vor allem, ich höre ja nichts mal was. Das wäre schon ein Stück leichter, wenn ich die hören würde. Oh, 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 oh. Eins nur noch, nur noch eins. War hier ein Weg? Nein, war hier nicht. Ah. Ah, ich hab noch knapp eine Minute Zeit. Scheiße, wo kann das sein? Ich hab's. Geil. Zutiefst in eurer Schuldpartner. Wie tief? Reden wir hier von einer Belohnung? Nun, ich habe nur dieses Goldklümpchen. Das könnt ihr aber haben. Geil, ich hab's geschafft. Dynamit-Depot-Eingang. Wie geil. Wow. So, jetzt muss ich ja nur noch irgendwie rauskommen und dann hab ich's geschafft. So. Zack. Puzzle-Logo-Teil Nummer 18. Ja, ich würd sagen, geh mal wieder raus. Und, ja, so an sich find ich jetzt eigentlich nix mehr hier. Denn mir fällt jetzt echt nix ein, was ich noch machen könnte. Also werd ich rausgehen. Und dann betreten wir schon mal das dritte Level. Und ich hab da grad was gesehen, was mich jetzt doch ein bisschen interessiert. Hui. So. Haben wir Seite Nummer 6 von Cheaty. Oder so. Wie hieß der Cheato oder so. Naja, okay. Geh mal raus. Und, naja. Ich werd sowieso später nochmal rein müssen. Zum Beispiel, wenn ich diese Sprungstiefel benutzen kann. Die Federstiefel mit den Federn da. Ihr wisst schon. So. Da, 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 da. Ja, okay. Ich würd sagen, gehen wir im nächsten Video weiter. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao.